Mit großer Spannung wurde sie erwartet, Batsheva Dagan, Holocaust-Überlebende und Kinderbuchautorin. Für die Premiere des Animationsfilms Chica, die Hündin im Ghetto, ist sie extra aus Israel angereist. Ich bin glücklich, dass der Film zuerst gerade in Deutschland gezeigt wird und mein Traum wurde in Erfüllung gegangen. Mehr als sechs Jahre vergingen von der ersten Idee bis zur Fertigstellung des Animationsfilms. Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern begleitete Batsheva Dagan bei dem Vorhaben, ihr Kinderbuch auf die Leinwand zu bringen. Batsheva Dagan begleitet uns im Landtag schon seit 14 Jahren. Und sie schafft es immer wieder, junge Menschen zu begeistern, darüber nachzudenken, wie sie leben wollen, welche Verhaltensweisen, welche Werte sie leben wollen. Ganz bewusst behandeln die Geschichte und der Film Chica, die Hündin im Ghetto, die Verbrechen des Nationalsozialismus auf kindgerechte Weise. Ihr könnt doch verstehen, dass ich sehr aufgeregt bin. Auf diesen Tag habe ich viele Jahre gewartet und ich bin jetzt mit euch. Als Überlebende von drei Konzentrationslagern und sechs Gefängnissen in Deutschland fühle ich, ich muss etwas über das Thema sagen. In dem Film Chica, die Hündin im Ghetto geht es darum, dass Mikasch seinen geliebten Hund weggeben muss. Chica ist doch kein Wachhund für Soldaten. Aber Chica bewacht uns. Und das wollen die Soldaten nicht. Dann müssen wir Chica verstecken. Aber wo denn? Ein Gebäde würde doch aus jedem Versteck zu hören sein. Ich bringe sie zu Frau Anussia. Nein! Sie ist keine Jüdin und wohnt nicht im Ghetto. Keine Angst. Die Soldaten werden mich schon nicht erwischen. Heute Nacht gehe ich. Nein! Chica! Chica! Im Anschluss an den Film kamen Batsheva Dagan und die Zuschauer mit den Machern von Trick 17 ins Gespräch. Vor allem danke ich Trick 17 für dieses Projekt, so wie mir eine Herzensgedägenheit war und es und so viel Kraft und Zeit und Kraft in sich investiert haben. Wie hat euch das denn gefallen? Also mir hat der Film sehr gut gefallen. Auch für die kleinen Details, zum Beispiel auch die Zeitung. Die sind mir auch erst ein bisschen später aufgefallen. Und die Bücher. Und dass die Häuser auch aus Koffern sind. Das fand ich auch echt cool. Also generell ist der Film echt super. Ich wollte nur sagen, dass dieser Film wirklich zu Tränen nur gut wird. Er ist sensationell und er ist mit einer derartigen Liebe und mit Engagement entstanden. Das sieht man. Und das Wichtigste überhaupt ist, dass er eine möglichst große Verbreitung findet. Verbreitet wird der Film zunächst auf Festivals. Aber sicherlich wird er dort genauso gut ankommen, wie zur gelungenen Premiere in Wismar. Verbreitet wird der Film zunächst auf Festivals.